Das Gesundheitsministerium hat bereits Freitagabend den Landeshauptleuten den Erlass für die schärferen Corona-Maßnahmen in sogenannten Hochinzidenzgebieten übermittelt. Demnach sind negative Corona-Tests für das Verlassen von Bezirken oder lokal abgegrenzten Hotspots nötig, wenn die 7-Tages-Inzidenz dort über 400 pro 100.000 Einwohner liegt. Aufrechterhalten werden muss die Testpflicht, bis die Inzidenz nachhaltig für 10 Tage unter 200 gefallen ist. Bei länger anhaltender Hochinzidenz in einem Bezirk oder einer Region bei über 400 für länger als eine Woche verlangt der Gesundheitsminister Rudolf Anschober in dem Erlass weitere Maßnahmen durch die Landeshauptleute. Genannt werden weiterführende Quarantäneregelungen, Schwerpunktkontrollen der Einhaltung der Corona-Maßnahmen, verstärktes Contact-Tracing über 96 Stunden und wiederholte Tests von K1- und K2-Kontaktpersonen, Testung erkrankter zwischen dem 8. und 10. Tag und erweiterter Testpflichten für das Betreten bestimmter Orte oder Betriebsstätten. Die Ausreisetestpflicht müssen die Landeshauptleute oder die Bezirksverwaltungsbehörden spätestens mit Wirkung per 10. März per Verordnung umsetzen. Für das Verlassen des Bezirks nötig ist ein negativer SARS-CoV-2-Test. Maximal 48 Stunden alt bei Antigen, maximal 72 Stunden alt bei PCR-Testung. Genesene können alternativ eine ärztliche Bestätigung der durchgemachten Infektion vorlegen. Dies aber abhängig von der Art des Infektionsgeschehens, insbesondere im Hinblick auf das Auftreten von Virusvarianten. Durchreisende brauchen keinen Test. Erlaubt sind aber nur unerlässliche Unterbrechungen, zum Beispiel wenn man aufs WC muss. Weiters von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder bis 10 Jahre, Sicherheitsdienste, Rettung und Feuerwehr, der Güterverkehr und Ausreisen für unaufschiebbare behördliche oder gerichtliche Wege, zum Beispiel zur Gefahrenabwehr. Anschober ordnet auch an, dass Kontrollen in möglichst hoher Intensität mittels Stichproben zu erfolgen haben und stellt klar, dass dazu auch der Assistenzeinsatz des Bundesheeres angefordert werden könne. Der Herr Minister hält auch fest, dass parallel sicherzustellen wäre, dass für die von der Einschränkung betroffenen Personen ausreichende Testmöglichkeiten zur Verfügung stünden. Betroffen von der Verordnung, weil die Inzidenz deutlich über 400 liegt, sind die zweitgrößte niederösterreichische Stadt Wiener Neustadt, der Kärntner Bezirk Hermagor und der Salzburger Pongau. Für den Bezirk Hermagor sind die Maßnahmen ab Dienstag angeordnet, in den im Pongau gelegenen Gemeinden Radstadt und Bad Hofgastein, die zuletzt einen extremen Anstieg bei den Infektionen zu verzeichnen hatten, ist schon am Freitag für zwei Wochen eine Ausreisebeschränkung in Kraft getreten. Wiener Neustadt hat auf den Erlass des Ministeriums noch gewartet.